Ok Leute Zahnverstützend im Neuer Part Weil der andere Part so fast 19 Minuten war Wollen wir die kleine Missgeburt von kleinen Plicks weggekommen Ja wir wissen dass du korrekt wirst Renn einfach renn Warte warte er kommt gleich unter mir So In Cisar komm ich wieder Nee hau einfach ab hau Geld geil was erwartet zu werden Geld geil Bist du auch sterbe geil? Ähm vielleicht Ich denke ja Geh weg Geh einfach weg Geh einfach weg Ich spiel Obwohl ich gebäht habe Muss ich so lachen Mann ey Lass mein Profi jetzt rein Ja ich bin echt gerade so egoistisch Ey bei dir darf man einfach egoistisch sein Wieso? Ja warte so Mh So zutun mit Fehlermacher Ja Die Blume bleibt einfach rumstecken Scheiße man Scheiße man Ja ja Du war noch mal Da Warte vorne da ist er Warte vorne Nein das war da auch einer Ein ein Da Ja jetzt kommt da Lakitu wieder Jetzt musst du rennen Bleib so Bleib einfach Ja Ey er fällt auf mich Also richtig Ich bin erst mal Slammin Mir egal Ja wenn er dich dazu lässt dieser Buster Was? Ja Egal Ich hab's hier was Ich hab's drauf genommen Ich glaub da kriegst du die letzte Münze Wieso kommt der immer wieder? Wie viele Brüder hat der? Wie viele Kinder hat der? Komm 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 Egal wenigstens eine Münze dann Geben wir hier Nein gehen wir rechts Rechts ran Hey Jetzt gehen wir links ran Warte zu welchen Münze war das die letzte? Die letzte Münze Oh mein Gott Die eine muss dann nämlich um sein Die eine müsste um sein Ja der müsste dann Dann lobt man das logisch Wenn man logisch bedenkt Erstmal so Erstmal so Wenn ich an meinen eigenen dummen Fehler da gerade denke ich muss so lachen Du Wir hatten Pilz Ja eine Blume Da hast du noch eine Blume geholt Und dann passiert Ich geh jetzt rein ne ich brauch was Ja geh rein Ja kein Problem da auf dir Ja Ja Ich kann zurück Ich kann zurück So 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 Ja geht es Seid froh Seid froh dass es diese Funktion gibt Wenn nicht dann dazu ein Problem Ich war einfach gestorben Wie einfach gestorben Ja dann könnte ich es nochmal machen Das ist mein Leben Mein Spiel Mein Computer Meine Tastatur Ich Ich Hat man noch gesehen Wie du Ja Wie ein Medium Material dafür Nicht jetzt noch Ey jetzt im Ernst wenn ich nochmal Micro bekommen Nicht Micro Nicht Micro Nicht Micro Ich guck einfach nicht jetzt Scheiße man Ich hab dir gesagt dein Glück ist auch nicht gut Dein Glück ist auch nicht gut Du hast auch Ich hab dir gesagt das ist nicht gut Das ist nicht gut Ja deswegen hier muss ich nicht mehr Das ist ja Siehst ja Leute beschlecht Einfluss Habt ihr gehört Video Material ist breit Ja Ja Okay jetzt muss das kleine Missgeburt Ich kann jetzt noch gewinnen Hoffe ich natürlich nicht Ich bin jetzt gerade so passiert Ich bin so froh dass du diesen kleinen Plätze bekommen hast Ich weiß gar nicht wie überglücklich ich jetzt gerade bin Was war das denn Warte ist das die zweite Das müsste die zweite sein Die erste muss dann irgendwo Ja Dann musst du die Lakise benutzen Soll ich Ja Du weißt wie Ja Okay Ich dachte du weißt es Ja ich geh noch nach Ganz nach links Eigentlich Dass ich nicht mehr als erstes Level durchspiel Wieso Damit ich die sichere Münze habe Ach so Geh ich aber Du geh mir nicht bis in Zeit Was sollst du jetzt machen Die irgendwo ist die wahrscheinlich hier oben Wie sonst finde ich ähm Drei Grupp was hier Das ist einfach so Okay das ist sicher Versuch mal Hä Du musst so ja Bisschen Logik gibt's schon bei diesem Spiel Komm Hallo Ja wenn ich jetzt mal will dass er kommt Dann spring einfach mal da hoch Warte jetzt kommt der Hallo Na ja da kommt er ja schon Komm Egal du brauchst nur ein 3 Kuppers Zu benutzen Ja wenn musst ich benutze die Die ganz sexuell Hehehe Wo kommt der eigentlich wieder hin Okay Wieso Ich kann nicht hochwerfen ne Du kannst du musst da oben zeigen Guck jetzt Guck jetzt Guck mal hoch Guck jetzt siehst du Siehst du Kann ich hochwerfen Das kann man Ja das kann man Ja das kann man Ja das kann man Ja das kann man springen Ja das kann man springen Wirf 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 Man kann Es gibt nur eine Möglichkeit man muss aufs Kopf springen Wenn man die Also du spielst grad ne Du spielst grad ne Du spielst grad schon gleich für mich Ich weiß Das hat man nicht Das das wir jetzt gleich wieder machen müssen Ach Leute Alles wegen lustig Hehehehe Du wirst ich wohl So machen wir es dir mal anders Mach ihn so Du lässt du einfach nicht den Laketo zu dir kommen Ja Er kommt ja hier nicht Bei der anderen Stelle ist auch eine hohe Stelle Da kommt er direkt zu dir Du springst auch mit der Schögerde hoch und dann triffst du ihn Du meinst ja Nein So geht es auch Ja so geht es auch wenn du es schaffst ihn zu treffen so in deine Nähe Nein ich glaube nicht das ist schaffst Da musst du ein bisschen höher gehen Wozu gibt es da diese Anhöhe Bei den Drach Koopas Warte Hier Ey Wo ist da jetzt? Da ist er Perfekt Glück gehabt Wieso kann die Wolke nicht schneller gehen Oder schneller fliegen ja Fliegen Fliegen Warte da 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 Das muss da irgendwo jetzt sein Ey das muss jetzt da irgendwo sein Wo ist die? Ich glaube da bei den Okay nochmal Du musst nochmal Cooper benutzen Ach vielleicht da oben Das erklärt doch den Weg oder? Guck mal Das ist ein richtiger Weg Ich bin vorne noch erwacht So geschafft Bitte sei da oben 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 Oh ja endlich Äh sind wir schon an den Nein Der zweite ist noch da unten Oder ist geklärt Geht doch So muss das spielen Und so Egal wir haben es Wir haben witzige Stellen Wir haben witzige Stellen gemacht Das ist lobenswert Das ist männer lobenswert Und wir haben die Fahne Das sagt schon Alles Egal wenn die sterben Wir haben die Fahne Wir haben die Fahne Und wir haben die drängen müssen Okay Macht das ja absichtlich? Ich kann das nicht mal Wie kann er so gut sehen? Er kann es halt Zu heute klatschen Zu heute klatschen Er zu heute klatschen gesagt Man sieht Man hört Ich gar nicht Man weiß was So viel Er schlägt nicht Er hat sein Lachen musste Ja dann wir wissen Er ist immer Lüx Immer Und immer stimmt Komm Ja wer hat dann Einen Kinder da unten machen Los Nein Weiter 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 So macht man das Wer hat die zwei Münzen gut? Wer hat die zwei Münzen gut? Wer hat die drei Münzen gut? So gut wie jeder so Okay Wie soll mir die kleinen Pils nochmal? Ja wegen dir? Nein 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 Weil du ja bei diesen komischen Liegner Er wollte über die Schuhe Du kannst ja mal die Passe wieder ansehen Das ist eher die Ich guck die Passe mir an Die Heid umbiegen Was ja Heid umbiegen Heid umbiegen wäre Wenn du irgendwie die Tatsachen Ein bisschen verdrehen würdest Also Nein hast du nicht Ja ich hab irgendwie So umgedreht Das ist ein Was ist jetzt aber Was ich gesagt habe Ich hab daran so umgedreht Das ist deine ganze Grammatik sei ruhig Ich weiß doch trotzdem Wenn das was damit zu tun hat Dann weiß die Ausdrucksweise Und nicht die Grammatik Ausdrucksweise ist mir jetzt egal Und warum beschwerst du dich Das war auch so Tränen Ich weiß Trotzdem Jaa siehst du Das war so absichtlich Ich weiß Blume Nix Blume So wie Glück kann er auch heute haben Danke Dank nicht Komm Ja ich weiß Und dann bist du wieder Nein geh geh Ah nein So und die ersten Müsse haben wir schon Richtig geschnuppt Guck mal wie er läuft Weiß so gut Ok Ok jetzt Wie komme ich an diese Komischen Teile an Nein Wo Wo Links Ich Darauf wäre ich auch jetzt gekommen Das hätte ich mir jetzt nicht sagen müssen Nein Ok Habt ihr noch und jetzt Ey Leute ich bin nicht dumm Ich wäre auch drauf gekommen Ist das dumm oder nicht Ja Ey Tami wirds Eiskalt schreibt ich bin dumm Sein froh das soll Sein froh das soll Und bei den Abonnenten einen Freund Einen zuschauer Äh eine Freundin aus Musti Ich bin froh Ja sei froh Tami Du weißt was passiert wenn du was schlimmer schreibst Ich weiß wo dein Haus wohnt Weiß im gar nicht Ich weiß dass ich Ich weiß dass ihr in Bayern wohnt Oder Baden-Württemberg oder so Ja Baden-Württemberg war das ja Was ihr seht ja Wir habe nur gelacht damit Bis es scheint Und ganz hoch ganz so Hey Ja Vielleicht war das's Hait bumm Ha 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 burnout Ist nichts Nein physicians Nein 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 rein da rein da Echt Ja seized Ichиг Scheiße Ich werde Etens wir haben doch nicht hoch er dankeschön musste ich meine abkürzung genommen sie ist du richtig ich weiß es doch ja es ist auch die bund in baden-württemberg na dies bayern ja stimmt hier den bayerischen ich weiß es noch jaja 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 tony so dies bei jahr ist bei jahr du scheiß die fledermaus was war das für eine bewegung egal kommt schon wie mario ist darunter zeigt was denn aber nur ein klopf oder so ich schwör egal klemmt es war etwas ekelhaft wenn ich das nicht schaffen würde die große pflanze versuchen aber von weitem einfach die grünen wenn mich angreifen die grünen das nicht die grünen die partei was sie im spiel wenn sagen gott haben so darfst keine pflanzen ja wenn es egal das war ja zufall das jetzt gefunden habe damit müsste auch der mensch haben das ist doch nur so 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 bansprung vielleicht und eine märze ok wie soll ich jetzt da hoch betätigen und dann hast du es wenn du noch mal denk jetzt nicht dass alles nur wegen dir jetzt noch mal du warst ein Fehler ach so also irgendwie denke ich schon richtig naja eigentlich was da ist dann da anschauen und dann ja so ja genau und dann ja nicht so nah dann machst du wirklich okay so wir wollen es ging ganz schön da hat er sich die Punkte bekommen wir haben schafft sie nichts das ist doch ich bin zu sagen und zum 0 0 von der Spitze wird machen ich habe noch nicht gesagt das ist was er in der Verordnung noch nicht nur die dritte hier kommt ein riesiges Zahnlücke das hat uns auch ausgeschüttet nein das hat das habe ich gelassen der Karten der nicht mehr in der Katzen des Möchens die Bühne für mich für die gesamten nicht sobald sie sind es ist schießt du das ist nicht in der hoch mit dir folge den Münzen folge den Münzen auf der rechten Seite folge den Münzen ich weiß was ich da folgen muss folge den Münzen folge den Münzen knapp ich hasse diesen Kugelbett folge den Münzen folge den Münzen folge den Münzen Junge halt die Fresse folge den Münzen und jetzt folge den Münzen folge den Münzen ähm einfach nochmal runter geh einfach nach rechts spring äh ich will einfach nach rechts einfach mal nach rechts einfach mal nach rechts guck siehst du äh willst du es holen? ja okay warte warte wie willst du es jetzt machen? denk schlau ach ich weiß äh du gehst wieder zum Propeller und dann schwingt du so wenn du in der Luft bist du äh das heißt jetzt nicht wie soll ich egal wie viel aber du weißt nicht was man ja ich weiß ja ich hab's auch erst als die Münzen so gehen es gibt auch anderen Weg wenn ich ein Pilz benutzt habe also das teilt habe ich ja sowieso an ich ob auch einfach nicht dahin oh ich weiß warum ich hierzu Schwierigkeiten du siehst es gab noch super mal als wenn es vier gab es einen schinesenfisch wäre schlimmer mit der dicken exe dicken gefordert so hat er mich immer getötet ey das auch was das böse günstens von denen gesehen das ist nicht normal das ist nicht normal das ist nicht normal joltzog google joltzog glück aber das hast du ich weiß ich weiß ich glaube ich lade heute auch die paar zogen also also leute diese mario und prosaletten sind und wochenend projekte die hauptprojekte habe hier sowieso mal einen kanal gelistet außer eins habe ich total vergessen mal naruto pavote ninja habe ich ja vergessen und da rein zu machen noch das werde ich auch noch rein tun nein 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 ich hab da ich muss sie kurz nicht reden okay ich hab deine idee siehst du es hat noch nach rechts gegangen nein es ist doch auch gut ich zeige dir das ist der trick glaube ich ich würde noch umgehen aber jetzt schwingt das soll man da hochkommen ja vorhin echt soll ich das trotzdem uns geben wenn du willst warte 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 ich wollte ich das kein Pilz ach ja hä hä ich bin mir zu kommen also kein Pilz wirklich kein Pilz das würde ich mal versuchen einfach das ist die gleiche Größe noch mal nur du hast den teilen wo gehst du hin verwirre mich nicht verwirre mich nicht verwirre mich nicht das teilt verwirrt sich als kalt warte ich war einfach ein bisschen groß das ist immer einfacher ey es ist irgendwie erbärmlich wir kommen einfach nicht weiter ey dieses spiel will uns noch irgendwie verarschen oder das ist immer normal so sag ich dir das ist immer normal wir kriegen zu viele kleine Pilze ich hab noch eine Stunde muss die ich hab wirklich nicht ich hab wirklich nicht ich wollte keinen Druck machen ich lade die Patzen sofort hoch oh egal ok so gehts auch aber meiner sah sexy aus Cuore schluck mal schluck mal ja das ist nicht normal das ist nicht 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 normal nein schluck mal Also einfach mal Glück nochmal Fuchs byubi ich kenne ein Mädchen weißt du aber Naruto da bitte Ich hab einmal gefragt weißt du was an der roten neunschwänziger fuchs ist aber was sie gedacht hat dann wohl nur noch fuchs erneut schwänze vorne hat ich muss so lachen bei diesem moment ich war davor sehen dann dies war was ein mund eines kuhfassers nicht getötet wir bringen so viele teils so lange wie diesen tag du musst auch alle münzen haben wir kommen nicht mal ein ziel an das ist das problem der solch anziehen kommt ja kommt auch wieder mit der münze mit einer münze mit zwei münzen ja dann nicht zweitig ist das problem mit zwei münzen der zweiten fresse zu jetzt die sorge jetzt am falschen satz gesagt hätte ich habe jetzt gerade verstanden wirksam mit der zweiten münze die erste habe ich kann ja nicht aber ich bin jetzt ich will ich glaube dass er spezial weg bin doch das ist das die kein format ich habe mich jetzt irgendwie auf kein bock mehr diese schwingen so 1 jetzt noch stirbst noch mal machen doch alles die künftigen wenn man kann zu machen ein Röhrer aber auch was wird uns Wann musst du gehen? Ich muss 1915 los. Was soll ich leben? Ich sag's jetzt. Lume? Okay, guck jetzt. Okay, wenigstens aber kein Mini. Wenigstens kein Mini. Wann ich die Blumen kommen, ne? Wegen Pilz, Blume, Copa und Micro. Okay, aber wir wollen noch nicht. Wir wollen noch nicht zum Gott. Okay, wir holen jetzt alle Münzen, die es geht. Okay, und dann habe ich extra Patrouille und die ganzen Münzen dann. Am Ende, wenn ja alles gut, okay, dann machst du mit. Ja, wir versuchen immer mindestens zwei Münzen zu... Okay, okay, jetzt habe ich's gehört. Mindestens zwei. Mindestens zwei. Weiß wieso? Wenn ihr wirklich eine Münze finden, dann müsst ihr wirklich bei den letzten Bonuspartnern wirklich zwei Münzen da finden. Okay. Wenn ihr eine Münze finden wollen, dann ist das nicht so schlimm. Was spielst du eigentlich? Bist nicht gestorben? Nein. Ich habe eine Erinnerung, dass du irgendwie gestorben bist. Ach ja? Nicht gar nicht. Du siehst, was ich über dich denke muss. Guck doch gleich. Guck doch gleich. Guck doch gleich. Guck doch mal, das war ein Scherz. Da steht sogar Spaß oder was? Nö. Guck mal, du hörst mich. Ich war eben hier. Der Kuppa verwirrt dich eher. Das gebe ich auch zu. So viele Wichser sind das auch noch. Kühlmann. Sag es doch einfach. Ja, ich meine. Sag einmal Gott, dann kannst du mir die Pilze auch übergeben. Ja, klar. Ach so los. Ich wusste gar nicht, dass du luchst. Geh mir weg, ey. Ja, verwirrt mich. Geh... Entschuldige diese Art genossen. Mann. Ich war doch pech. Okay, komm. Ich bin hier. Ich bin hier. Piranha. 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 Pflanzen. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Hä, wo sind die? Hast du den totgesprungen? Hast du den totgesprungen? Hast du nicht? Habe dann in die Wasser gefangen? Längst, längst, längst. Genau. Ach nein, ich bin hier davon nachkommen. Ja, das ist bestimmt eine Münze. Was gibt es da denn? Oh, geil. Münzensonde. Münzensonde. Muss ich sagen, wir machen Sie sich das gerne aus. Oh, was bringt es nichts? Münzen. Mh, mh, mh. Geil? Mh, mh. Geil? Kommt mich raus. Wenn ich nicht weiß. Ich weiß. Ok, folgen die mich? Nein, die verfolgen sich nicht Deiner hat einen Waterwalk Ja, ich muss nicht Das ist auch so Hä? Warte, wo führt uns das jetzt hin? Kuckuckuckuck Warte, längst ist eine Münze Äh, der ist hoch, nein, ne? Ich glaub ganz längst ist gleich eine Münze Gucken wir uns bis in die Gegend an, ah ok Ganz längst meine ich ja, ist eine Münze Das kann man auch sehen wie, äh Vertrautvoll ist, hab ich doch gesagt Hab ich doch auch gedacht, deshalb bin ich doch umgegangen So, guck mal die machen es extra So, dann gehöre ich noch nicht aufregt Das war, was war und dann hab ich es noch mal los Ja, ich bin nicht dem, ich hab es sofort gewusst Was hast du denn? Ne, er springt Er hat noch Flügel Er hat noch Flügel, aber er kann jetzt mit dem Flügel machen Mal, wie er kommt Hm, 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 hm Hm, 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 hm Das wird jetzt nach oben gemacht Die Piranha-Planze Das ist doch schwieriger Ich hab ich weiß, wie es mein könnte Nein, nicht deswegen Ich weiß eh leicht Oh Oh Warte mal, deswegen Du verstehst jetzt du, deswegen Muss du den Knopf drücken Verdammt, der wird die Klikken die sind und die Warte, kannst du mitnehmen oder nicht Das finde ich Ich bin doch dumm bei Was hättest du wohl auch Mitnimmst gestorben einfach mal mitnehmen okay dann musst du dich beeilen die haben wir gut die münze die willst du jetzt mitnehmen schützt mich so geht man auch mit so ich habe mich gerade gewohnt die Münze holt es wieder kommen und deshalb bei einigen Jahren brauchen es so kommt dass er jetzt dort ich habe es geschafft habe ich hatte auch das könnte man stehen landen Landfreunde Luft. Ja, okay, komm. Machen wir bis dahin. Okay, wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.